Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 2. Aktuelle Stunde heute. Welche Rolle spielt Pegida und andere rechte Umtriebe für die Attraktivität Dresdens als Wirtschafts- und Wissensstandort? Einreicher ist hier die Dissidentenfraktion. Die Fraktion hat ihr Rederecht abgetreten an Herrn Tommy Krieger bzw. eine eingespielte Videobeitrag, der hier erfolgt, den wir hier entsprechend einspielen. Die Fraktionsrunde in der Aktuellen Stunde beginnt dann Herr Braun für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrats, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie. Mein Name ist Tommy Krieger und in den nächsten Minuten werde ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Arbeit geben. Ausgangspunkt unserer Studie ist die Beobachtung, dass Dresden durch Demonstrationen von Pegida und anderen Rechtsbewegungen verstärkt den Fokus der medialen Berichterstattung war. Wir haben uns daher gefragt, wie Menschen reagieren, wenn sie erfahren, dass in einer Stadt wiederholte rechte Grundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. Konkret wollten wir wissen, ob solche Massenproteste dem Image der Stadt Dresden langfristig geschadet haben und ob dieser Reputationsverlust gegebenenfalls dazu geführt hat, dass weniger Menschen nach Dresden gezogen sind. Aus wissenschaftlicher Sicht sind diese Fragen aus mehreren Gründen interessant. Zum Beispiel wissen wir aus zahlreichen Studien, dass Städte sich vor allem dann gut entwickeln, wenn sie in der Lage sind, junge und gut ausgebildete Menschen anzuziehen. Wir wissen auch, dass der Zuzug von Menschen aus anderen Regionen die Persistenz völkischer Neigungen reduziert. Schlüsselendlich, und das muss ich gerade Ihnen als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker nicht erzählen, sind Einwohnerzahlen eine wesentliche Determinante bei der Berechnung von Schlüsse zuweisen. Im Rahmen unserer Studie nutzen wir zwei vom Forschungsdatenzentrum des Bundes und der Länder bereitgestellte Datensätze. Der erste Datensatz erhält Informationen über alle registrierten gemeindeübergreifenden Umzüge in Deutschland. Der zweite Datensatz enthält Informationen über alle in Deutschland an einer zertiären Bildungseinrichtung eingeschriebenen Personen. Um zu analysieren, wie sich die rechten Proteste in Dresden auf das Wanderungsverhalten von Menschen ausgewirkt haben, hätten wir idealerweise zwei Dresdens. Eines, in dem es die Demonstration gab, und ein anderes, in dem es sie natürlich nicht gab. Die Differenz in der Zahl der Zugewanderten würde uns dann genau sagen, welchen Einfluss die Proteste auf das Wanderungsverhalten hatten. Wie wir aber natürlich alle wissen, ist Dresden einzigartig. Weswegen wir dieses aus wissenschaftlicher Sicht ideale Experiment nicht durchführen können. Um dies zu kompensieren, verwenden wir in unserer Analyse verschiedene statistische Verfahren. Aus Zeitgründen werde ich mich folgen, vor allem auf die Analyse dem sogenannten synthetischen Kontrollgruppenverfahren konzentrieren. Die Grundidee dieses Verfahrens ist es, zunächst aus einem Pool anderer Städte ein synthetisches Dresden zu konstruieren, welches sich bis zur Entstehung von Pegida genauso entwickelte wie Dresden selbst, indem es nicht zu vergleichbaren Protesten kam. Im zweiten Schritt wird dann die Entwicklung Dresdens nach dem Beginn der Pegida-Hindgebungen mit der Entwicklung des synthetischen Dresdens verglichen. Diese Grafik zeigt das Hauptergebnis unserer Analyse. Wir sehen, dass die Zahl der aus einem anderen Bundesland nach Dresden gezogenen jungen Menschen nach Beginn der Pegida-Poteste im Vergleich zum synthetischen Dresden deutlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2015 betrug die Differenz ungefähr 500 junger Menschen. In den Jahren 2016 bis 2018 waren es jeweils etwas mehr als 1.000, 18- bis 30-Jährige, die weniger nach Dresden gezogen sind. Für die Folgejahre kann ich noch keine Aussagen treffen. Die dafür notwendigen Daten wurden vom Statistischen Bundesamt noch nicht aufbereitet. Betonen möchte ich aber an dieser Stelle explizit, dass selbst ein Anstieg in den Zuzugszahlen für 2018 nicht automatisch bedeutet, dass der Schaden, den die rechten Proteste für Dresden angerichtet haben, kleiner geworden ist. Dies wäre zum Beispiel dann nicht der Fall, wenn ein solcher Anstieg demografische Gründe hat und im synthetischen Dresden ebenso sichtbar wäre. Aus Zeitgründen möchte ich nur ganz kurz auf die weiteren Ergebnisse unserer Studie eignen. Mithilfe der Studierendenstatistik können wir zeigen, dass ein Großteil der jungen Menschen, die nicht mehr nach Dresden ziehen, Studierende sind. Die Analyse der Studierendenstatistik zeigt auch, dass sich die Kundgebungen negativ auf die Anzahl der internationalen Studierenden ausgewirkt hat. Die Ergebnisse des Brandmeier-Stadtmonitors zeigen, dass sich der Ruf der Stadt Dresden insbesondere bei jungen Leuten extrem verschlechtert hat. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass sich die Legida-Proteste nicht negativ auf den Zuzug nach Leipzig ausgewirkt haben. Unsere Erklärung dafür ist, dass die Zahl der Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten um ein Vielfaches höher war als die Zahl der an den Legida-Protesten teilnehmenden Personen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Rückfragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen gern per E-Mail oder telefonisch zu verfügen. Wir kommen dann in die Fraktionsrunde zur aktuellen Stunde und darf Herrn Braun nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Dresdner Bürger, es gibt so viele wichtige, drängende Themen in dieser Stadt. Trotzdem zwingt uns die Dissidentenfraktion über eine Studie zu debattieren, die sich mit einem Zeitraum von 2006 bis 2017 beschäftigt. Aus unserer Sicht ist Dienst ein durchsichtiger Missbrauch einer aktuellen Stunde. Das zeigt auch ein Blick in die Verfassung. Die Versammlungsfreiheit ist ein im Grundgesetz verankertes Recht. In Artikel 8 heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Wir als AfD-Fraktion bekennen uns uneingeschränkt zu Rechtsstaat und Grundgesetz und somit auch zur Versammlungsfreiheit. Es ist dabei völlig unerheblich, welche vermeintlichen Auswirkungen und Folgen mit friedlichen Demonstrationen einhergehen. Dresden hat sich als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort in den letzten Jahren überaus positiv entwickelt. Nicht wegen, sondern trotz dieses Stadtrates. Die Ansiedlung der Halbleiterfabrik von Bosch oder die Investitionsankündigungen von Jenoptik sind hierfür die jüngsten und prominentesten Beispiele. Der Stadtrat sollte Dresden in keiner Weise schlechtreden oder gar den leisesten Zweifel aufkommen lassen, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in der Landeshauptstadt Dresden uneingeschränkt gilt. Vielen Dank. Als nächstes die Fraktion Die Linke. Ich darf Herrn Schollbach. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, drei Tage vor der Bundestagswahl ist es genau richtig, über dieses Thema zu sprechen und gerade in dieser Stadt. Denn von der extremen Rechten gehen erhebliche Gefahren für unser Land aus. In den vergangenen Jahren ist dies wiederholt und auf besorgniserregende Weise deutlich geworden. Ich erinnere an die Mordserie des NSU, die mindestens neun Menschen das Leben gekostet hat. Ich erinnere an die Verbrechen der Terrorgruppe Freital, die mehrere Sprengstoffanschläge verübte. Ich erinnere an die Ereignisse auf dem Dresdner Stadtfest im Jahr 2016, als rechte Schläger Jagd auf Ausländer machten und einen Menschen lebensgefährlich verletzten. Ich erinnere an die Taten der Freien Kameradschaft Dresden, deren Mitglieder unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion verurteilt wurden. Ich erinnere an die Terrorgruppe Revolution Chemnitz, die am 3. Oktober 2018 tödliche Anschläge geplant hatte und deren Mitglieder unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurden. Ich erinnere an den feigen antisemitischen Anschlag in Halle, der am 9. Oktober 2019 zwei Menschen das Leben kostete. Und ich erinnere an den kaltblütigen Mord an einem 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter, der am vergangenen Wochenende in Idar-Oberstein erschossen wurde, nachdem er den Täter auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen hatte. Meine Damen und Herren, diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Und diese Entwicklung wurde nicht zuletzt dadurch begünstigt, dass der Staat zu lange, zu zögerlich auf die Ausbreitung und Verfestigung der Strukturen der extremen Rechten reagierte. Auch in unserer Stadt wurde der Boden dafür bereitet. Es war im Februar 2009, als hier der europaweit größte Nazi-Aufmarsch stattfand. Sowohl in der Zeit zuvor als auch danach war die Stadt Dresden ein bei Nazis beliebter Ort für Kundgebungen und Aufmärsche, woran nicht zuletzt die hiesige Versammlungsbehörde ihren Anteil hat. Sowohl die spätere Terroristin des nationalsozialistischen Untergrunds Beate Zschäpe als auch der AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke haben an solchen Demonstrationen in Dresden teilgenommen. Die Saat ist offenkundig aufgegangen. Seit sieben Jahren hetzt nun Pegida auf Dresdner Straßen und Plätzen. Woche für Woche wird Hass auf Ausländerinnen und Ausländer geschürt, werden Verschwörungstheorien verbreitet und führende Repräsentanten unseres Staates verunglimpft. Die dort gehaltenen Reden erinnern in ihrem Duktus nicht selten an jene der Nazis und dürften an Roheit, Vulgarität und Menschenverachtung kaum zu überbieten sein. Es geht hier übrigens um mehr, um viel mehr als nur den Ruf der Stadt oder die Attraktivität Dresdens für die Wirtschaft. Denn aus Worten sind längst Taten geworden. Jener Täter, der die Sprengstoffanschläge auf die Moschee und das Kongresszentrum in Dresden verübte und deshalb wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, hatte zuvor an einer Kundgebung von Pegida teilgenommen. Er war dort als Redner aufgetreten, wurde von der Menge aufgestachelt und er hielt öffentlich Lob von Pegida-Anführer Bachmann, einem wegen Drogenhandels und anderer Delikte rechtskräftig verurteilten Straftäter. Heute, im Jahr 2021, ist die extreme Rechte bundesweit in den Parlamenten präsent. Am kommenden Sonntag wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt und es besteht die reale Gefahr, dass unsere schöne Stadt von zwei direkt gewählten, herzgesottenen Rechten im Bundestag vertreten wird. Ich finde, das wäre eine Schande. Und deshalb, alle Dresdnerinnen und Dresdner, die das auch so sehen, sollten mit ihrer Erststimme dafür sorgen, dass es anders kommt. Zusammen sind wir viel mehr als die. Die nächste Fraktion ist die SPD-Fraktion. Die SPD-Fraktion hat ihr Rederecht abgetreten an Peter Rosenbaum, Leiter des International Office der TU Dresden. Ich darf Herrn Rosenbaum herzlich begrüßen. Für die nächsten fünf Minuten steht Ihnen das Rednerpolz zur Verfügung. Bitte sehr. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an die SPD-Fraktion, dass ich hier für die TU Dresden kurz Stellung nehmen darf zu dem IFO-Artikel. Weniger Zugang nach Dresden, rechte Prozesse verschrecken junge Leute. Vielleicht darf ich ganz kurz die vorhin auch erwähnten Zahlen kommentieren und die Aussage der Studie selber, dass also PEGIDA einen direkten Einfluss hat auf die Einschreibung von deutschen und internationalen Studierenden an der TU Dresden. Wir haben beobachtet, dass in der Tat seit 2015 die Einschreibungen deutscher Studierender zurückgegangen ist, um circa 1000 zwischen 2015 und 2016. Gleichzeitig sind die Einschreibungen bei den internationalen Studierenden nach oben gegangen, und zwar zwischen 2015 und 2020 um 4 Prozent. Das reflektiert sich auch bei den internationalen Promovierenden, deren Zahl nach oben gegangen ist, und auch bei unserem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal. Da ist die Prozentzahl von 2015 zu 2020 um 1,6 Prozent gestiegen. Das heißt, es studieren kontinuierlich mehr internationale Studierende bei uns in der TU Dresden, die Zahlen nehmen zu, während die Zahlen der deutschen Studierenden seit 2014, 2015 abgenommen haben. Und da spüren natürlich auch demografische Entwicklungen, Standortfaktoren eine große Rolle. All das bedeutet nicht, dass PEGIDA und rassistische Vorfälle keine Auswirkungen haben auf die Attraktivität der TU Dresden beziehungsweise unsere Studierendenzahlen. Wir wissen ja beispielsweise nicht, wenn wir nur auf die Zahlen gucken, welche Studierenden sich nicht bei uns beworben haben, weil sie Angst haben, in Dresden zu studieren. Von Wissenschaftlern, von Wissenschaftlerinnen wie auch von Studierenden hören wir regelmäßig von rassistischen Bemerkungen, die auf der Straße oder in der Straßenbahn gegen sie gemacht werden. Geschichten, die den vier Erlebnissen, von denen Vanessa Bravo kürzlich in ihrem Instagram-Video berichtete, sehr gleichen. Vanessa Bravo spricht auch eine ganz wichtige Beobachtung an, dass wir nämlich von vielen dieser Vorfälle gar nichts hören, weil sich die Betroffenen schämen. Wir an der TU Dresden hören regelmäßig von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über rassistische Beleidigungen und Vorfälle. Solche Angriffe zielen in erster Linie immer auf Personen ab. Gleichzeitig sind es immer Angriffe auf uns selbst, auf unsere Grundwerte, für die wir als Universität einstehen. Diversität, Weltoffenheit, Austausch. Diese Werte sind die Basis für eine erfolgreiche Wissenschaft, als auch grundlegend für unser gutes und demokratisches Miteinander. Die TU Dresden ist eine von elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Das ist eine beachtliche Leistung. Es ist die einzige ostdeutsche Universität, die den Exzellenztitel hat, wenn man die Berlin-Universitätsallianz ausnimmt. Und Exzellenz heißt immer Internationalität. Top-Forschung heißt Internationalität. In den letzten Wochen, ich arbeite seit Mai an der Universität, in den letzten Wochen hatten wir Vertreter der indischen Botschaft bei uns, den Botschafter Kanadas. In Kürze empfangen wir den Generalkonsul der USA. Unsere Wissenschaftlerinnen arbeiten mit Top-Talenten aus der ganzen Welt zusammen. Und dann kommen einige dieser Top-Wissenschaftler zu uns, fragen aber vorher, Sie möchten zu uns kommen und fragen, was ist mit PEGIDA, bin ich bei euch sicher? Das ist eine Frage, die mir gestellt wurde, kurz bevor ich nach vielen Jahren von New York nach Dresden gezogen bin im Mai. Bist du dir sicher, was ist mit PEGIDA? Die Technische Universität versteht sich als zivile Akteurin. Wir fördern das soziale Engagement unserer Studierenden. Wir sensibilisieren unsere Beschäftigten für soziale Verantwortung der Hochschule und das in vielen Projekten. Uns ist ganz besonders daran gelegen, dass unser sehr langjähriges gesellschaftliches Engagement und auch unsere Forschung noch besser in die Gesellschaft und noch besser in die Region und noch besser in die Stadt getragen wird. Und wir arbeiten schon sehr gut zusammen mit Partnern wie dem Dresden Concept, mit der Allianz. Das Dresden Concept Welcome Center ist ein sehr guter erster Schritt in Richtung Internationalität. Die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Stadt, das wirklich beeindruckende Engagement, so viele Dresdner Willkommensinitiativen in einzelnen Stadtteilen, all das ist ganz wunderbar. Und wir sind sehr bereit als TU, als Technische Universität, diese Initiativen zu stärken und zu begleiten. Was ist uns wichtig? Was fordern wir von der Lokalpolitik? Was brauchen wir? Wir brauchen eine stärkere Willkommenskultur. Wir brauchen mehr interkulturelle und auch sprachliche Kompetenz in den Ämtern, zum Beispiel in den Ausländerbehörden, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in den anderen Bezirken. Wir brauchen mehr Zugänge zu zweisprachigen Angeboten. Wir brauchen eine klare und schnelle Positionierung von offizieller Seite, wenn es zu rassistischen Vorfällen kommt. Wir brauchen klare Abgrenzungen. Wir unterstützen nachdrücklich eine engere Zusammenarbeit mit den Ämtern und Einrichtungen, zum Beispiel auch mit dem Antidiskriminierungsbüro in Sachsen. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Rosenbaum. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Herr Malorni, bitte sehr. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, aktuelle Stunde heißt das Ding. Wir fangen mit aktuellen Dingen an. Juni 2021, Dresdens Hightech-Standort auf Wachstumskurs, titeln die Medien. E-Noptik erwirbt ein Grundstück, um eine neue Rheinraumfabrik zu investieren. Der Industrie-Riese Bosch hat seine neue Halblattfabrik eröffnet. Der Standort der modernste seiner Art und die größte Einzelinvestition des Traditionsunternehmens. Vodafone lässt sich mit einem globalen Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung in der Landeshauptstadt nieder. August 2021. Volkswagen und Tracetronic gründen NeoCX, ein Joint Venture für automatisierte Softwareintegration. Tracetronic, gegründet als Spin-Off der TU Dresden, gehört heute mit rund 300 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen für das Testen und Integrieren von Fahrzeugsoftware. Fahrzeuge, das sind diese bösen Dinger mit vier Rädern. September 2021. Am Herzzentrum der Dresdner Uniklinik wurde einem Patienten ein Kunstherz eingesetzt. Es ersetzt das menschliche Herz zu 100 Prozent. Mediziner sprechen von einer Sensation. Dritte OP dieser Art in Deutschland. Projektstart für 6G Live Forschungshub in Dresden. Für die 6G-Entwicklung gilt Dresden als eines der weltweit führenden Forschungszentren. Auch das sind Fakten rund um die Attraktivität Dresdens als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Die Demonstrationen, die Kreisläufe der Montagabende in den Jahren seit 2014, 2015 sorgten für riesige Schlagzeilen international. Es gab einen Rückgang beim Tourismus. Es gibt Bedenken von Studierenden aus dem Innenausland. Es gibt vor allen Dingen auch dieses genervte Gefühl vieler Dresdnerinnen und Dresdner, diese seltsame Aura in unserer Innenstadt und an den schönen widerstandenen Plätzen bei den Äußerungen düstere Gedanken. Aber Dresden hat vielfältige andere Bilder in der Welt und auch in Deutschland und Europa. Die positiven Initiativen genau aus dem Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur hat die Montagsrundenläufer meiner Meinung nach zahlenmäßig und ihrer öffentlichen Wahrnehmung zurückgedrängt. Und wir müssen dafür sorgen, wir alle, dass diese anderen Bilder das Bild von Dresden bestimmen. Und da sehe ich jeden von uns, jeden hier in diesem Raum auch als Botschafter für dich der Dresdner Pflicht. Pegida nervt. Pegida nervt die Innenstadt. Pegida nervt jeden, der sich in der Innenstadt bewegt. Es nervt die Gastronomen, es nervt die Händler, es nervt die Anwohner, die Leute, die am Feierabend aus ihrem Büro kommen, nicht zu ihrem Auto kommen in die Tiefgarage oder zu ihrem Fahrrad am Fahrradständer. Und manche fürchten sich auch, haben wir letztens den Artikel gelesen der Betreiberin oder Mitinhaberin von Pau Pau. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss und dass es genervt seiner Selbstbefähigung zum etwas dagegenhalten reicht. Das Demonstrationsrecht ist aber ein hohes Gut unserer Demokratie und das müssen wir leider aushalten. Auch wenn es wehtut bei der Provokation insbesondere der politischen Ränder. Es schützt eben auch Mai-Demos in Leipzig und Hamburg, Demonstrationen, die als Resultat nicht selten brennende Autos und verwüstete Straßenzüge haben. Das sind unschöne Bilder einer radikalen Minderheit. Aber keiner in diesen Städten würde zulassen oder auf die Idee kommen, die Gesellschaft dieser Städte auf diese paar kaputten radikalen Irren zu reduzieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir auf diese Provokation reinfallen und die Deutungszeit über den Zustand unserer Stand 5000 oder 2000 Kreisläufern in die Hand legen. Wir dürfen nicht gestatten, dass diese das Bild unserer Stadt prägen. Sie werden diese Menschen nicht ändern, sie werden diese nicht überzeugen können. Demokratie und das Befähigen der Gesellschaft, sich mit vielfältiger Couleur auseinanderzusetzen, ist eine immer wiederkehrende Aufgabe für uns alle. Wir haben die Aufgabe, das auszuhalten und unsere Stadt nicht schlecht dastehen zu lassen. Wir müssen unsere Stadtplätze selbst leichter belegen und beleben lassen. Herr Kühn, der Appell ein bisschen an Sie und an Ihre Mitarbeiter, die ja immer die heilige Kuh der Sondernutzung pflegen und hegen. Und für mich ist es unbegreiflich, dass es ein Gastronom, ein Händler oder ein Veranstalter wesentlich schwerer hat, mal was auf dem Altmarkt oder auf dem Neumarkt oder auf dem Theaterplatz zu veranstalten, als die Typen da mit ihren Fahnen und komischen Parolen. Verstehe ich bis heute nicht. Wir müssen Studenten ermutigen, nach Dresden zu kommen. Wir müssen Firmen ermutigen, nach Dresden zu kommen und können Ihnen auch mal einen Straßennamen gönnen. Wir müssen dafür sorgen, dass Dresden ein positives Bild in der Welt bekommt. Und das wäre eigentlich ein Thema für die aktuelle Stunde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Malony. Als nächstes die Freien Wähler. Herr Hannig, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdner, liebe Pegida-Gegner und liebe Pegida-Fans. Der Zeitpunkt dieser aktuellen Stunde erstaunt ein bisschen. Man hätte sich mit Pegida meiner Ansicht nach auseinandersetzen müssen in der offenen Diskussion, als die 30.000 Leute auf der Straße hatten und nicht jetzt, wo es 300 sind. Aber sei es drum. Die Frage, ob Pegida Dresden nutzt oder schadet, ist für mich eine Frage, die man so objektiv nicht beantworten kann und das haben Sie gerade gemerkt. Wir haben gehört, ausländische Studierende kommen immer häufiger nach Dresden. Wir haben keine signifikanten Ausfälle von Touristen. Wir können es schlichtweg nicht messen. Die Vorredner haben es schon gesagt. Wirtschaftsstandort Dresden wächst. Man merkt es auch, auch der grundsätzliche Zuzug ausländischer Mitbürger wächst. Man kann also nur subjektiv messen und da stellt sich die Frage, wer soll es denn entscheiden? Die subjektiven Meinungen haben wir gehört. Ist unsere Meinung als Stadtrat, als Stadtgesellschaft, die des Herrn Aschenbach oder die des Herrn Schollbach, der im Übrigen gerade die faschistischste Rede gehalten hat, die ich seit vielen Jahren gehört habe. Da hätten Sie lieber Ihre Juliane Nagel aus Leipzig kommen lassen. Die hätte Ihnen was über extremistische Demonstrationen erzählen können. Als hier sowas abzulassen. Die Frage ist doch nicht subjektiv, ob die Linke Pegida mag oder nicht, sondern die Frage ist genau, wie es der Kollege Malony gerade gesagt hat und wie es auch der Herr Braun gesagt hat. Die Frage ist doch, worum geht es denn am Ende? Am Ende geht es nicht um 300 Leute, die rumrennen. Am Ende geht es um diese 300 Leute oder 3000 auch nicht in Leipzig. Auch nicht, wenn die Gönnewitz anzünden. Auch nicht in Hamburg. Sondern es geht um das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Und wer das nicht akzeptiert, ist kein Demokrat, Herr Schollbach. Ganz erschreckend. Und dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit, über das wir jetzt hier befinden sollen, nutzt oder schadet Pegida uns. Wir verinnern sich mal bitte an andere Sachen, wo es Versammlungsfreiheit gegeben hat oder nicht. Glauben Sie, der Stadtrat von Peking hat 1989 darüber diskutiert, ob die Ansammlung von antikommunistischen Demonstranten dem Ansehen der Stadt Peking schadet? Ich bin mir sicher, die haben darüber diskutiert. Glauben Sie nicht, dass die Kiewer Stadtbevölkerung sich nach den Maidan-Demonstrationen darüber auseinandergesetzt hat, ob die Maidan-Demonstrationen schaden oder nutzen? Wir haben ja gesagt, die schaden und es gab dort Tod, es sind Menschen erschossen worden. Wie schlimm ist denn das? Aber die Herrschenden in Kiew fanden das damals ganz toll. Glauben Sie, dass der Stadtrat in Leipzig mit ihren Linken ein Kommuniqué abgibt und sagt, wir sind gegen Versammlungsfreiheit und wir sind gegen Demonstrationsfreiheit von Linken nach den Ereignissen in Connewitz letzte Woche? Glauben Sie, dass der Stadtrat in Memphis in den 50er Jahren sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, das regt mich hier auf, dass Martin Luther King sich hier herstellt und für Schwarzen Rechte eintritt? Kann doch wohl nicht sein, wir wollen hier keine Schwarzen. Bestimmt haben die das gemacht in den 50ern. Dann wurde Martin Luther King dort übrigens erschossen. Glauben Sie, dass möglicherweise die Bürger von Mühlhausen sich irgendwann hingestellt, Ihnen fehlt das Geschichtswissen, Herr Aschenbach, das weiß ich, aber Sie können gerne mal bei mir nachfragen. Glauben Sie allen Ernstes, dass der Stadtrat von Mühlhausen damals gejubelt hat und gesagt hat, prima, Thomas Münzer, stell dich hierher und erfünde den Bauernkrieg bei uns. Nein, diejenigen, die ihre Meinungsfreiheit ausgelebt haben, haben sich schon immer mit denen auseinandersetzen müssen, die eine andere Meinung hatten. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank ist unsere Verfassung eine, die die Meinungsfreiheit schützt. Die Meinungsfreiheit eines jeden, sogar ihre, die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit von allen, von Linken, von Rechten, von Schwulen, von Farbigen, von allen Menschen. Und Gott sei Dank, und deswegen habe ich die Beispiele aus der Geschichte gebracht, die der Herr Aschenbach nicht verstanden hat. Gott sei Dank schadet nicht die Meinungsfreiheit einer Stadt, sondern die Unterdrückung der Demokratie, die schadet nicht nur einer Stadt, die schadet einer ganzen Gesellschaft, wie wir hier an diesen Redebeiträgen merken. Und nochmal, Gott sei Dank, entscheidet über die Frage, ob Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit, Ihre Störungen sind so widerlich, aber gut, über die Frage, ob die Ausübung von Meinungs- oder Demonstrationsfreiheit einer Stadt schadet, entscheidet Gott sei Dank keine aktuelle Stunde in einem Stadtrat, wie meine Beispiele zeigen, sondern die Geschichte. Und insofern kann ich nur sagen, die, die bei Pegida demonstrieren und die überall anders demonstrieren und die friedlich bleiben und die keine Städte anzünden, keine Menschen töten, nicht zu Mord und Totschlag aufrufen. Wir haben meine vollste Sympathie. Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir hier haben. Und allein diese Diskussion darüber ist schon kritisch. Und erlauben Sie mir eine abschließende Bemerkung. Gerade heute nimmt es mich sehr mit, mir sowas anzuhören zu müssen. Ich habe mich heute auf einer gerade veröffentlichten Todesliste der 250 größten Demokratiefeinde gefunden. Das macht unser Land kaputt und nicht 300 Leute, die im Kreis laufen und ihre politische Meinung laut sagen. Vielen Dank. In der Fraktionsreihenfolge ist jetzt die CDU-Fraktion an der Reihe. Hier wird Herr Dr. Markus Reichel sprechen, Geschäftsführer der Drehberis, an dem das Rederecht hier abgetreten worden ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reichel. Die nächsten fünf Minuten gehört jetzt das Rednerpult Ihnen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Markus Reichel und ich bin der Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens hier in Dresden. In den vergangenen 20 Jahren haben wir hier bereits etwa 2000 Unternehmen bei internationalen Ansiedlungs- und auch Markteintrittsprojekten erfolgreich begleitet. Und dazu gehört eben auch die Frage nach der Bewertung der Attraktivität eines Standortes. Und dafür beschäftige ich ein Team von 15 Mitarbeitern mit sehr unterschiedlichen nationalen Hintergründen. Und es ist mir da eine Ehre, heute auf Bitten der CDU-Fraktion hier einige Gedanken als Praktiker zu äußern. Also als jemand, der sich eben jeden Tag mit dieser Frage befasst, was fördert oder was mindert die Attraktivität eines Standortes, einer Region oder einer Stadt. Lassen Sie mich zunächst zu dem Artikel in der Publikation des IFO-Institutes Dresdens sagen. Ich denke, dass der sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene hinsichtlich der Methodik sicherlich noch erheblich besser validiert werden muss. Auch der Betrachtungszeitraum, glaube ich, ist noch zu kurz. Ich bin jedoch dankbar dafür, dass es eben so einen Beitrag seitens der Wissenschaft gibt, um so ein komplexes, politisches wie auch wirtschaftliches Phänomen beschreiben zu wollen. Wie nehme ich jetzt eben auch aus der Praxis konkret die Auswirkungen von PEGIDA auf die Attraktivität Dresdens als ein Wirtschafts-, als ein Lebens-, als ein Arbeitsstandort wahr? Es ist klar, wurde auch jetzt schon mehrfach genannt. Wir haben Vorzeigeinvestitionen, wie zum Beispiel von Bosch, die nach Dresden gekommen sind. Oder auch die höchste Dichte von wissenschaftlichen Institutionen überhaupt hier in Deutschland. Die zeigen, Dresden ist attraktiv. Aber wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, sei es mit Dresdner Unternehmern, sei es mit solchen von außerhalb, die zum Beispiel erwägen, sich hier in Dresden anzusiedeln, es kommt immer wieder ein ganz, ganz wesentliches Thema. Personalmangel allgemein und insbesondere der Fachkräftebedarf. Und davon, ob Dresden genügend Menschen, in Dresden genügend Menschen sind, die in unseren aufstrebenden Dresdner Unternehmen arbeiten werden, davon hängt auch ab, ob unsere Wirtschaft hier floriert. Und natürlich ist das auch die Basis dafür, dass alles, was wir im Bereich Bildung, Soziales, Kunst, Kultur und Wissenschaft erreichen wollen. Es handelt sich also hier schlicht um eine Schlüsselaufgabe. Und hier sehe ich schon, dass Pegida zu einer Spaltung in der Gesellschaft beigetragen hat, die sich inzwischen tief eingegraben hat und die sehr, sehr konkret schädlich wird für unser Gemeinwesen. Mal ein paar konkrete Beispiele. Wenn ich von einem meiner ausländischen Mitarbeiter höre, wenn ich in Dresden unterwegs bin, dann bemühe ich mich auf der Straße nicht in meiner Muttersprache zu sprechen. Wenn ich davon höre, dass Spezialisten mit internationalem Hintergrund ein Stellenangebot hier in Dresden ablehnen, weil sie sagen, Stadt ist eigentlich toll, die Stelle ist toll, aber ich kann meine Familie nicht überzeugen, nach Dresden zu ziehen, wir haben einfach Angst. Wenn mich Unternehmer aus anderen Teilen Deutschlands, aus der Schweiz oder anderswo immer wieder, wenn Dresden im Zusammenhang mit Pegida in die Medien kommt, fragen, was ist bei euch dort los? Meine Damen und Herren, dann zeigt sich Pegida, Pegida, aber auch der Umgang mit Pegida haben schon lange ein Stadium erreicht, wo nicht mehr der politische Diskurs im Vordergrund steht. Nein, es handelt sich eigentlich um einen Kulturkampf auf unseren Straßen, mitten im Zentrum unserer wunderbaren Stadt, der mit jeder Woche ein Stückchen mehr an den Fundamenten unseres Gemeinwohls rüttelt. Die Zeiten, zu denen viele Menschen, gerade auch aus dem Bürgertum, mit allwöchentlichen Demonstrationen auf ihre Sorgen hinwiesen, die sind schon lange vorbei. Geblieben ist ein Ritual, das niemandem nützt und das zu der Verrohung unserer Gesellschaft beiträgt, wie es jüngst von Vanessa Bravo beschrieben wurde. Lassen Sie mich daher abschließend sagen, Ich zähle auf die Verantwortung des Einzelnen für seine Worte und für seine Taten. Wenn wir uns um den Einfluss von Pegida auf den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden sorgen, und das sollten wir, wenn wir ein klares Zeichen setzen wollen, dass Dresden weltoffen ist, und auch das sollten wir, dann dürfen wir nicht zulassen, wie geistige Brandstifter unser gesellschaftliches Klima vergiften. Dann sind wir alle gefordert, zu widersprechen. Auf den Straßen, in den Betrieben, im privaten Umfeld und, ja, auch bei der anstehenden Bundestagswahl. Hier geht es um die Zukunft unserer Heimat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Reichel. In der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen und Frau Mühle, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Fraktionen, die nicht mit Pegida sympathisieren, liebe Menschen zu Hause im Stream. Ich möchte als erstes sagen, worum es heute aus meiner Sicht hier nicht ging, nämlich nicht um die Versammlungsfreiheit. Dass diese gilt und dass sie uneingeschränkt gilt, solange keine strafbaren Volksverhetzungen usw. auftreten, ist unstrittig. Und von niemandem, auch nicht von Herrn Aschenbach oder sonst würde das hier angegriffen, auch nicht von Herrn Schollbach. Worum es aber gehen muss, ist, dass bei Pegida ein Sammelbecken war, wie richtig Herr Schollbach darauf hingewiesen hat, dass sich dort terroristische Vereinigungen vernetzt begründet haben. Und auch wichtig ist, dass die Pegida heute zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen haben uns gerade Dr. Reichel und Herr Rosenbaum und die Auswirkungen auf den Menschen, auf den Zuzug auf die ausländischen Studierenden anschaulich dargestellt. Und ich denke, auch die sind unstrittig. Was jetzt noch nicht gesagt worden ist, ist zum einen, was kann eigentlich die Stadt dafür tun? Und Herr Rosenbaum hatte dafür ganz konkrete Punkte genannt, die die Universität, die die internationalen Einrichtungen, die die Forschungseinrichtungen sich wünschen. Und da gehen wir, denke ich, sowohl mit der Fachkräfteallianz, mit dem Organisationsentwicklungskonzept und mit dem, wie Dresden aufgestellt ist, noch nicht weit genug. Ausdrücklich hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die Arbeit der Integrations- und Ausländerbeauftragten der Stadt Dresden. Und ich erhoffe mir wichtige Impulse aus der aktuellen Erarbeitung des Aktionsplans Integration. In dem Zusammenhang ist es mir aber noch wichtig, weg von der Wirtschaft zu schauen. Denn auch wenn die Zahlen an ausländischen Studierenden in Dresden steigen und die Probleme beim Zuzug von Fachkräften aus Deutschland, der EU und anderen Ländern etwas geringer geworden sind, darf es eben nicht nur darum gehen, ob die Menschen sich dafür entscheiden, überhaupt hierher zu kommen, sondern auch darum, wie sie hier leben können und ob sie hier angstfrei leben können. Das gilt sowohl für Stipendiatinnen von internationalen Forschungsprogrammen genauso wie für Menschen mit Fluchterfahrung. Sie alle müssen hier frei von rassistischen und anderen menschenfeindlichen Angriffen leben. Und deshalb möchte ich den Blick von dem Symptom Pegida und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen hin zu dem, was Leben in Dresden für People of Color, für Menschen mit Migrationsgeschichte wirklich bedeutet, richten. Das sind Diskriminierungserfahrungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, Polizei oder andere Behörden, die beispielsweise berichten von Opfern rassistischer Gewalt oder Beschimpfungen, Herr Rosenbaum hat es beschrieben, nicht glauben oder sie ernst nehmen. Es sind Kinder, deren Bildungschancen schlechter sind, weil sie Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Erst am Wochenende wurde in einem Schulgebäude in Proles, in dem regelmäßig Deutschkurse stattfinden, Hakenkreuze an die Wand geschmiert. Über die Stellungnahme von Vanessa Bravo wurde schon gesprochen. Und für viele Geflüchtete und andere People of Color sind rassistische Beleidigungen, Angriffe beängstigende tägliche Realität. Ja, zuletzt waren extremrechte Proteste in Dresden weniger in der Berichterstattung. Aber Pegida läuft und schreit immer noch, genauso wie die rechtsoffenen Querdenker. Man könnte sagen, wenn mir niemand hinschaut, haben sie keine Wirkung. Wenn sie nicht mehr in den Medien sind, haben sie keine Wirkung. Doch so funktioniert es nicht. In Dresden ist unpolitisch sein, keine Option. Neutralität gegenüber Hass ist keine Option. Und ich habe mich gerade gefreut über die Worte vom Dr. Reichel und würde mich wirklich freuen, wenn die CDU dort entschlossener künftig auftreten würde. Und zwar nicht nur mit einzelnen Personen, sondern in der Gesamtheit. Und Antifaschismus und Antirassismus sind eine Führungsaufgabe. Rechtsextremismus, soviel zur Aktualität, wurde gemeinsam mit Wohnen in der letzten Bürgerumfrage nach Verkehr als größtes Problem in der Stadt benannt. Es ist eben keine Lappalie. Es ist das wichtige Problem in Dresden. Die Auswirkungen von Begida, die Verschiebung des Sagbaren bis ins Menschenfeindliche hinein, sind spürbar. Nicht für alle von uns gleich, aber doch für zu viele Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Umso engagierter müsste der OB dabei sein, dem entgegenzuwirken. Und zwar nicht nur dann, wenn sich besonders radikale Regner ankündigen. Die Konsequenzen aus der IFO-Studie können ein Baustein für dieses Engagement sein. Mit der aktuellen Analyse der kommunalen Handlungsfelder in Vorbereitung des Aktionsplans Integration liegt dafür ein wichtiger Leitfaden vor, in dem auch die konkreten Herausforderungen und Handlungsoptionen für die Integration auf dem Arbeitsmarkt benannt werden. Ein anderer Baustein wäre, dass der Stadtrat endlich der breit getragenen Forderung, Dresden zu einem sicheren Hafen zu machen, folgt. Ein weiterer der, die Vielfalt der Erfahrungen, der Religionen, der Lebensweisen, der Herkunft als Ressource statt als Hindernis zu begreifen und die demokratische Bedeutung von Repräsentation und Chancengerechtigkeit wirklich zu einer Leitlinie kommunalen Handelns zu machen. Es werden mehr Menschen mit Migrationsgeschichte nach Dresden kommen. Die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch neue Fluchtbewegungen infolge der Klimakrise werden dies auslösen. Diese Chance sollte Dresden annehmen. Und wie Herr Krieger ganz am Anfang festgestellt hat, die Zuwanderung wird und kann die Persistenz völkischer Einstellungen in der Dresdner Gesellschaft vermindern. Und das ist dringend notwendig. Vielen Dank, Frau Mühle. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 3.